Hey Freunde, viel Spaß mit der neuen Minecraft-Folge und bewertet auf jeden Fall das Video. So Leute, schaut mal, ich hab hier was richtig cooles und das schenke ich erstmal Buffalo. Erstmal zu ihm nach Hause laufen. Oh Leute, und bevor wir zu ihm gehen und bei ihm klingeln. Hey Freunde, abonniert den Kanal hier, drückt auch rechts daneben auf die Glocke, damit ihr ein Teil der Icky-Armee werdet. Und gebt dem Video ein Like, also einen Daumen nach oben. Schreibt auch ein süßes Kommentar, damit ich euch mitten im Video einblenden kann. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein, hereinspaziert. Huch, da fehlt doch etwas. Klopf, 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 stopp, 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 stopp. Komm mal. Klopf, klopf. Hey, hey, wer ist da? Oh, Icky, du bist es. Buffalo, was ist hier los? Warum, wo ist dein Billardtisch? Ich weiß nicht, ich bin aufgewacht und auf einmal war alles weg. Wie alles weg? Was denn noch? Hier, guck mal da hinten, zur Wand. Da war doch immer deine Cola-Maschine, wo wir immer Cola rausgenommen haben. Ja, meine Süßigkeiten und alles mögliche, genau. Alles weg, hier mein Billardtisch, das. Bis jetzt ist mir noch nichts anderes aufgefallen, aber ich muss noch nach oben gehen, gucken. Das ist doch jetzt richtig doof. Ich wollte mit dir was Coole spielen, aber hier, guck mal, Buffalo. Dafür haben wir das hier. Du brauchst eine Schwimmente. Das ist doch mal richtig cool, oder? Komm mit, wir stellen das draußen auf. Cool, lass mal nach draußen hinstellen. So, mein Set war bei dir zu Hause. Moment mal. Bei dir zu Hause war ein Einbrecher. Bist du sicher, Icky? Ja, natürlich. Wenn die Sachen fehlen und du das nicht selber warst, dann war das auf jeden Fall ein Einbrecher, Buffalo. Aber guck mal, Icky. Wir haben hier so einen großen Teich und sogar hier einen beheizten Teich. Alter, das ist ein richtig cooler Pool. Oh. Aber jetzt sind meine Sachen nass. Raus hier. Aber, was machen wir jetzt? Okay, Leute, Moment mal. Wir müssen diesen Dieb schnappen. Buffalo, ich werde bei dir übernachten für ein paar Tage. Und zusammen sind wir die Detective Boys. Wir werden den Dieb auf jeden Fall schnappen, okay? Das schaffen wir, Icky. Ähm, machen wir uns abwechselnd? So, einer schläft, andere wach. Das ist eine gute Idee. Pass auf, Buffalo. Du bist oben, falls der oben was klauen will. Und ich unten, okay? Na gut, ich gehe mal nach oben. Wir müssen nur warten, bis es jetzt erstmal dunkel wird. Oh, jetzt schaue ich erstmal in den Kühlschrank. Hat Buffalo etwas Leckeres im Kühlschrank? Uh, er hat leckere Burger. Gift Burger? Iiii, weg damit. Ah, oh. Es ist schon dunkel geworden. Oh Gott, oh Gott. Alleine bei Buffalo zu Hause. Das ist schon so ein bisschen gruselig. Ich meine, das Haus ist ja riesig. Und hier wurde was geklaut. Das bedeutet, dass hier irgendwo ein Einbrecher seine Runde macht. Und ich bin jetzt hier, mitten in der Nacht, alleine. Oh. Buffalo, bist du noch oben oder pennst du schon? Er schläft. Schnarche ich dir etwa? Buffalo, bist du oben? Er schläft. Er lässt mich hier einfach alleine. Wir haben uns gar nicht abge... Wir müssen uns doch abwechseln. Oh Gott, oh Gott, Leute. Okay. Also, hier sind auf jeden Fall eine Menge wertvoller Sachen bei Buffalo. Und ich muss jetzt aufpassen, dass hier keiner reinkommt und die klaut. Aber was, wenn er kommt und er bewaffnet ist mit einer Pew Pew? Ich habe ja gar nichts. Oh, oh. Okay. Wir warten jetzt einfach mal. Leute, ich will euch nur noch mal erklären, dass das hier wirklich sehr brenzlig und sehr gruselig gerade ist. Oh. 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 Draußen ist doch jemand. Da baut jemand irgendwas ab. Da war gerade Glas. Habt ihr das gehört? Da hat jemand ein Fenster kaputt gemacht. Und das Fenster hier ist auch kaputt. Oh, oh. Buffalo. Buffalo, steh auf. Der Einbrecher ist da. Oh, oh. Moment, ich bin mal. Oh Gott. Ich schau mal hier durchs Fenster. Was? Was ist los, Iki? Buffalo, warte. Buffalo. Der Einbrecher ist da. Komm runter. Schnell. Ich komme. Hallo? Bist hier jemand? Wo bist du, Iki? Hey, ich bin hier. Was passiert? Guck mal. Das Fenster. Das Fenster ist weg. Fehlt noch etwas? Ich weiß nicht. Hat da irgendwas genommen? Sieht nicht so aus. Ich guck mal raus. Iki. Was? Der Grill fehlt. Nein. Für unser Barbecue-Grill. Ja. Oh mein Gott. Komm mit. Wir gehen kurz raus und gucken. Oh nein, Leute. Der Einbrecher war da. Aber der hat mich bestimmt gesehen. Deswegen ist er nicht reingekommen. Der hat den Grill mitgenommen. Wo er das Fenster kaputt gemacht hat. Oh mein Gott. Er hat bestimmt das Fenster kaputt gemacht. Und hat mich dann gesehen, dass ich da geschlafen habe. Und da hat sich dann gedacht, okay, weg da. Und hat sich einfach was von draußen mitgenommen. Nächstes Mal wird er bestimmt den Pool mitnehmen. Oh nein. Okay, Buffalo, es ist noch mitten in der Nacht. Wir versuchen, ihm einfach eine Falle zu stellen. Wir tun so etwas, wenn wir schlafen. Okay. Ja. Und wenn er dann kommt, schnappen wir den uns. Okay. Das ist eine gute Idee. So, ich lege mich hier erstmal hin. Ich lege mich oben hin. Zack. Ich schlafe dich ein. Tschüss. Tschüss. Nym, 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 nym. Tschüss. Tschüss. Ich träume gerade. Lalalala. Lalalala. Nym, nym, nym. Hä? Hä? Wo bin ich? Oh, ich bin bei Buffalo hier. Ach ja, hier war ja ein Einbrecher. Äh, hey! Hey, 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 stillbleiben! Wo ist er? Wo läuft er lang? Oh nein. Es ist viel zu dunkel. Ich kann gar nichts sehen. Oh Gott, ich muss wieder rein. Das ist gruselig. Nicht, dass er noch ein Pew Pew hat. Oh nein! Buffalo! Er hat wieder zugeschlagen. Wie? Ich dachte, wir sind wach. Der Dieb war da. Buffalo! Ich bin außerdem eingeschlafen. Es tut mir furchtbar leid. Was hat denn der mitgenommen? Icky. Was hat der mitgenommen? Deinen teuren Bildschirm. Und? Icky, nein! Den Toaster! Oh nein! Ich wollte mir gerade Nutella Toast machen. Richtig Bock da drauf gerade gehabt. Und was noch schlimmer ist, Icky? Was? Was fehlt hier? Nein! Doch! Die Arcade-Maschine! Ja, die ist weg! Nein! Ich dachte, du passt auf, Icky! Guck mal, Buffalo. Ich habe mich hier hingestellt. Und dann... Tschüss, tschüss, tschüss. Ich bin direkt eingepinnt. Direkt. Och, Icky. Jetzt hast du so teure Sachen mitgenommen. Willst du mal hier pennen und ich oben? Na gut, Icky. Ich penne jetzt hier unten, dass er hier nichts mehr mitnehmen kann. Und du bist oben. Okay. Dann gehe ich jetzt hoch. Okay, Leute. Das war ja mal ein Griff daneben. Ich wollte eigentlich den Dieb stellen. Aber jetzt hat er einfach, während ich geschlafen habe, seelenruhig, einfach alles mir geklaut. Mann. Okay. Diesmal werde ich nicht einschlafen. Ich werde von hier oben einfach gucken, ob der Dieb hier irgendwo ist. Passt auf, ich habe eine Idee. Ich kletter hier einfach aus dem Fenster und gehe mal nach draußen. Wenn der Dieb jetzt hier draußen ist. Autsch. Das dauert jetzt weh. Dann muss er ja auf jeden Fall hier lang gehen. So. Am besten, ich verstecke mich hier. Okay, Leute. Da ist er. Da ist der Dieb. Er sieht mich nicht. Oh Gott, Leute. Wir haben ihn. Da vorne ist er. Okay, okay, okay. Wir müssen ihn versuchen zu schnappen. Er geht wieder ins Haus. Wieso sperren wir die Tür eigentlich ab? Okay, jetzt gucke ich mal rein. Wo ist der? Klaut doch wieder was. Ich sehe den nicht. Der läuft ja gar nicht rum. Wo ist der denn? Ich gehe mal ins Haus rein. Er geht nach oben. Oh nein. Wo ist Buffalo? Ist Buffalo wieder nach oben gegangen? Er ist hier durchs Fenster gekommen. Oh mein Gott. Was ist hier los? Oh nein, oh nein. Oh, ist der hier irgendwo? Ey. Der klaut den Flügel. Hey, stopp. Stehen geblieben. Hey, hauptest du Clown. Gib her. Wow. Oh oh. Äh, okay. Ich gebe auf. Es tut mir leid. Verschwinde hier, Kleiner. Du hast hier nichts zu suchen. Äh. Nur weil du eine Pew Pew hast, bist du auf einmal ganz stark. Hä? Wenn du die nicht dabei hättest, würde ich dich zerprügeln. Mach Platz. Ich will hier raus. Ich habe nur genug geklaut. Haha. Ich werde noch mehr klauen. Nächstes Mal werde ich den Fernseher mitnehmen. Das wirst du nicht. Lass es. Wo ist der? Wo ist der hin? Ich werde jetzt gehen. Haha. Und du kannst mich nicht verfolgen, weil ich eine Pew Pew habe. Äh. Du Fiesling. Du Blödmann. Oh Mann. Er klaut einfach. Er haut ab. Oh Mann, ey. Ach Leute. Was sollen wir denn machen? Er hat einfach eine Pew Pew. Dagegen kann ich doch nichts tun. Wo ist eigentlich Buffalo? Hat er etwa unten gepennt? Oh nein. Ich habe zu Buffalo gesagt, er soll unten schlafen. Da hat er etwa gedacht, ich meine, er mit dem Keller. Oh nein. Buffalo, du sollst doch nicht im Keller schlafen. Buffalo, bist du hier unten im Keller? Hä? Icki, was ist los? Was passiert? Buffalo, warum warst du im Keller? Du meintest, ich sollte unten schlafen. Buffalo, mit unten meinte ich hier. Ach so. Nicht ganz unten. Und ich war jetzt oben. Oh, Buffalo, jetzt hat er hier einfach seelenruhig alles klauen können. Was ist denn jetzt alles weg? Guck mal, der hat oben den Flügel geklaut. Den ganzen Flügel? Alleine? Ja, der hat diesen riesen Klavierding hier geklaut. Und der hatte eine Pew Pew. Meine Musikmaschine ist hier auch weg. Buffalo, weißt du, was wir machen müssen? Wir müssen uns... Wir müssen zur Polizei kommen. Wir müssen zur Polizei kommen. Komm, 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 komm. So kann das hier nicht weitergehen. Buffalo, komm. Und es muss jetzt erstmal Tag werden. Guck mal, wie teuer das alles ist. Alles neu zu kaufen, wird zu teuer. Komm, Buffalo. Egal, ob es teuer wird. Wir müssen zur Polizei. Komm. Wir müssen das melden. Denn wenn ein Einbrecher bei dir zu Hause ist, dann muss man immer zur Polizei gehen. Und das machen wir jetzt. Genau. So, da vorne ist auf jeden Fall das Präsidium. Und wir holen uns jetzt erstmal Hilfe. Was denn? Das sind ja so große Sachen, der muss die doch irgendwo hier verstecken. Stimmt eigentlich. Wir müssen sein Versteck finden. So, wir gehen erstmal hier zur Polizei. So, Polizei, Polizei. Bei uns wurde eingebrochen. Hä? Hä? Hier ist niemand. Heute ist Sonntag. Nein. Mal gucken, vielleicht ist oben jemand. Polizei, Polizei, Polizei. Oh nein. Keiner da. Hier ist echt niemand. Aber, Buffalo, vielleicht sind die Pew Pews noch da. Guck mal, Buffalo. Lass uns einfach hier beide eine Pew Pew nehmen und wir verteidigen uns einfach selbst. Okay? Können wir machen. So, wenn der nächste Mal kommt, dann machen wir Pew 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 Pew. Der hat keine Chance. Okay? Eine gute Idee. Komm, wir gehen raus und schauen, ob es jetzt dunkel ist. Wenn es draußen jetzt dunkel ist, dann werden wir auf jeden Fall schlafen. Und dann werden wir ihn in eine Falle stellen. Oh. Es ist auch schon dunkel geworden. Komm, jetzt müssen wir uns beeilen, oder? Nicht, dass er noch kommt und jetzt schon alles klaut. Oh. Schnell, 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 schnell. Ich habe vergessen abzuschließen. Abzuschließen. Oh. Schnell, schnell. Und diesmal schließen wir auch die Tür ab, dass er nicht durch die Tür reinkommen kann. So. Komm, 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 komm. So, Buffalo, diesmal schläfst du oben und ich bleibe unten. Denn ich will ihn diesmal schnappen. Der hat mich letztens einfach so mit einer Pew Pew bedroht. Das wird er jetzt zurückbekommen, Leute. Wir werden ihn schnappen. Ja, der hat auch eine Pew Pew. So, ich lade die auch erst mal nach. So, super. Komm rein. Ich weiß nicht, ob das eine echte war oder ab und zu so eine Plastik. Zack, zack, abschließen. So, Buffalo, wir bleiben jetzt hier und der klaut wieder alles. Okay. Also gehe ich nach oben und du bist hier unten. Ja. Pass diesmal echt auf, ich möchte nicht noch mehr Sachen verlieren. Okay, keine Sorge, der wollte, diesmal werde ich wach bleiben, Leute. Auf jeden Fall. Auf jeden, 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 jeden, Fall. Njam, 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 Tschüss! Tschüss! Njap 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 Ach, Ickline, nein, nicht da Ickline, warte auf mich Njap Njap DÖ 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 Der Fer Haha, du Schlafmütze Oh nein, der Dieb ist schon wieder da Buffalo Der Dieb Bleib stehen, Dieb Buffalo Hey, du bleib stehen Du und welche Armee Du kannst mich nicht stoppen Und ob ich dich stoppen kann Haha Hände hoch Sofort Ich werde abhauen, wau ab Stehen bleiben Ey, ping, 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 ping Nein, er haut ab Wo läuft der denn lang? Hey, oh Mist Er ist abgehauen Buffalo Ich muss Buffalo Bescheid sagen Oh nein, Leute, ist er schon wieder daneben gelaufen Buffalo Okay, Leute Ich glaube, ich weiß, wo der Dieb ist Buffalo Bleib oben, ich werde den Dieb jetzt schnappen Ich weiß, wo der ist Der ist Bestimmt In diesem Raum da In diesem Geheimversteck hier neben Buffalo's Haus Ich werde da jetzt reingehen, Leute Und den Dieb schnappen Der ist da bestimmt drinnen Ich wette, der ist hier Der ist nämlich hier lang abgehauen Das ist nämlich das Versteck von jedem Dieb Da gehen wir jetzt rein, Leute Erstmal Pew, Pew nachladen So Und wir gehen da jetzt rein Drei Seid ihr bereit, Leute? Gebt dem Video mal einen Daumen nach oben Wir gehen da jetzt rein Zwei Eins Aha Ich hab dich Du kommst hier Nicht weg Ich hab ihn Ich hab ihn gefangen Oh Er hat sogar den Pool geklaut Hier sind alle Sachen, die er geklaut hat Oh mein Gott, schaut mal Oh Leute Wir haben's geschafft Und wenn euch das Video gefallen hat Und ihr mehr Videos sehen möchtet Dann abonniert den Kanal hier Drückt auch rechts auf die Glocke Damit ihr ein Teil der Iki Army werdet Und Leute Schaut bei Buffalo vorbei Und schreibt auf jeden Fall unter seinen Videos Iki Army Das würde mich super freuen Dann würde er sehen Dass unsere Army stärker ist als seine Und bis zum nächsten Video, Freunde Tschüss Tschüssi 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 Untertitelung des ZDF, 2020